Das ist eben nicht so gut. 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 Ja, da kann ich schlecht spoten. Das ist schon gut, aber hier bin ich einfach mal safe gewesen. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Jetzt kannst du noch eins hochstehen mit links da und jetzt kannst du links hochgreifen auch. Ja, schön. Jetzt musst du da Höhe machen mit den Fiesen, ja genau. Du weisst schon, ganz rechts ist er gut, du kennst ihn ja genau. Ja und jetzt musst du da gerade aufhören, wie die links noch draufstehen. Und dann musst du mal schauen, aha ok, ja das ist auch gut. Dort hat es so ein Kändchen, das noch gut ist, finde ich, oben rechts dann. Ja genau. Wenn du jetzt rechts hast, das ist auch gut. Fünf plus. Ja, alle. Topla. Schön. Come on. Alle. Juhu. Diesmal ist es drauf. Ja. 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 workout. Es war schön. нее. Ja. Was ist das? Schöne! 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 Jawoll. Auf den Kopf runter. Oh, ja. Ich bin selber links auf der Flüssigstunde. Und noch einmal zwischen dem Moos, auch bei der Dantle, hast du noch einmal etwas. Aber der Ausstieg ist noch ecklig. Aber der Ausstieg ist noch ecklig. Aber der Ausstieg ist noch ecklig. Jetzt kann ich einfach nicht spoten, pass ich auf hinten. Hoi. Hoi. Ja. Ja. Jetzt müssen wir nachher noch zum unteren Ort. Yes, baby. Ja. 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 Schöne schön das war